So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu einem weiteren 20 Plus Gameplay mit der Farmers. Diesmal kein Fail Gameplay, ich hab's endlich geschafft die 20 mit der Farmers voll zu machen hier auf Donner Fortress im Modus Kongress Domination. Ich hab eigentlich noch ein weiteres 20 Plus mit der Farmers rumliegen, aber halt wieder auf den Noscha Kanälen erspielt. Und da wir diese Map schon verdammt, verdammt, verdammt oft hatten, dachte ich, ich nehme lieber dieses Gameplay hier. Auch wenn die Qualität ein bisschen schlechter sein sollte als aus den normalen Videos gewohnt. liegt einfach daran, dass das Gameplay aus dem Livestream stammt, den wir am Freitag gemacht haben. Und das ist halt Livestream-Qualität mit jetzt gleich nochmal gerendert. Also mal sehen, wie es ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, aber es sollte eigentlich locker klar gehen. In Zukunft werde ich auch die Livestreams dann noch zusätzlich ganz normal auf meinem Computer mit aufnehmen. Dass, falls da irgendwas zustande kommt, was ich gerne auf YouTube zeigen möchte, dass ich da auch nochmal die normale Qualität rumliegen habe. Und in diesem Video soll es auch so ein bisschen um die Livestreams gehen, beziehungsweise auch um die Videos. Denn wie gesagt, ich habe jetzt endlich, endlich meine neue Leitung, was mir endlich ermöglicht, erstmal live zu streamen. Und vor allem ermöglicht, die Videos pünktlich und auch regelmäßig zu bringen. Mit meiner alten Leitung war das so, dass ich für ein 10-15 Minuten Video, je nachdem wie YouTube an dem Tag drauf war, ca. 5-8 Stunden gebraucht habe, um das Ganze hochzuladen. Und mit meiner neuen Leitung brauche ich jetzt 10-15 Minuten. Und das ist schon ein krasser Unterschied. 10 Minuten oder 6 Stunden, das ist schon wirklich ein mega krasser Unterschied. Und deswegen würde ich auch gerne mal was versuchen einzuführen, was ich schon lange machen wollte. Und mir auch viele, viele Leute vorgeschlagen haben, dass ich das mache. Und zwar so einen kleinen Uploadplan. Also jetzt nichts Großartiges oder so, aber dass jetzt zum Beispiel heute ist Sonntag, heute kommt Killsuite der Woche. Am Dienstag wissen dann alle, da kommt euer Wahl, meine Qual. Und am Donnerstag ist immer Soldaten im Brennpunkt dran. Das sind eh so die Sachen, die jede Woche kommen oder die immer kommen. Wahrscheinlich dann auch in Battlefield 4, bietet sich ja eigentlich ganz gut an. Und dann würde ich aber noch gerne wissen, weil ich habe eventuell noch eine andere Idee oder noch zwei andere Ideen so ein bisschen in der Hinterhand, die ich machen könnte. Aber ich würde erst mal wissen, gerne wissen von euch, wie viele Videos ihr überhaupt so guckt, wie viele ihr euch angucken würdet. Und hallo, da liegt einer in der Ecke. Hammer nice. Wie viele Videos würdet ihr von mir so sehen in der Woche? Wie viele guckt ihr allgemein? Welche, wie viele wollt ihr haben? Also so zwischen 3 und 5 ist drin, denke ich mal. Maximal 5. Also ich werde definitiv nicht jeden Tag ein Video bringen. Vielleicht mal irgendwie alle zwei Wochen zwei von einer Serie oder so. Aber jeden Tag ist auf jeden Fall nicht ein Video drin. Vielleicht mal so einen kleinen Clip für zwischendurch oder so. Falls ich was Geiles geschafft habe, irgendwie ein Multicam mit einem Defibrillator oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele Videos ihr so sehen wollt. Also zwischen 3 und 5. Jeden Tag ist definitiv nicht drin. Und was ihr so am liebsten guckt. Also ich glaube, bei eurem war meine Qual, kommt am besten an. Aber schreibt mal in die Kommentare, welche Serie ihr so am liebsten mögt. Und was ihr euch eventuell noch wünschen würdet. Und jetzt nochmal kurz zu den Livestreams. Denn ich werde nicht jeden Livestream mit einem YouTube-Video ankündigen. Oder auf YouTube ein Dings schreiben. Ich werde auch viele Livestreams einfach nur starten. Und die Leute, die dann halt auf Twitch auf Folgen geklickt haben, die kriegen dann Benachrichtigungen und können denen sich ansehen. Also man kann auch so auf Twitch klicken. Aber dann kriegt ihr halt eine Benachrichtigung, wenn ihr auf Twitch auf Folgen drückt. Denn ich werde auch einfach mal so, vielleicht mal zwei Stunden spielen. Vielleicht ein bisschen was aufnehmen und das dann streamen. Aber halt nicht immer mit einer Ankündigung auf YouTube sowas. Denn halt nur, wenn wir mal ein bisschen länger streamen am Wochenende oder so. Das kündige ich dann schon dann. Aber so für zwischendurch mal zwei Stunden werde ich dann einfach nur den Livestream starten. Und die Leute, die dann da auf Twitch auf Folgen geklickt haben, auf Follow, die kriegen dann eine Benachrichtigung und können sich dann hoffentlich oder wahrscheinlich ansehen. Und ich würde sagen, ich habe alles gesagt. Und ja, 20% mit der Farmer, es war ganz nice. Hier auf Donnerfort ist endlich mal was anderes. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich sage, bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.